Ich glaube, ich mache das jetzt immer so. Ich bin auch so dämlich. Ich kann einfach nicht abwarten. So. Wow. Ich glaube, da war beim Vergrößerungsding bei, ne? Ja, sehr schön. Das darf ich jetzt nur nicht verlieren. Aber es sollte doch eigentlich nicht so das Problem sein. Komme ich jetzt überhaupt wieder zurück? Ach, ich wollte schon sagen. So. Ne Wunderlampe. Die hätten wir jetzt schon mal sicher. Das ist sehr schön. F, F, F. Sehr schön. Uns fehlt nur noch ein Schatz. Yay. Ähm, nur mal so nebenbei. Das hat mir nämlich der Dennis erzählt. Ich muss gar nicht, ähm, am Ende, also, wenn ich den Endboss besiege, muss ich keine 99.999 Münzen haben. Ähm, weil, ähm, die Schätze auch nochmal dazu zählen. Ich glaube, ich brauche, weiß ich nicht, wie viel ich am Ende brauche. Das habe ich gerade ein bisschen unterschätzt. Oh, Fliegedingsli. Gerne. Gerne, gerne. Okay, und da komme ich eh nicht hin. Nein! Fast. Ich weiß nicht so ganz immer, wo ich hier lang gehen soll. Aber das sieht schon irgendwie ein bisschen... ...nach Ende aus. So, und wieder 61 Münzchen gesammelt. Sehr gut. Ich glaube, jeder Schatz bringt 5000. Ich bin mir aber, wie gesagt, nicht sicher. Das werde ich aber vorher nachgucken. Hier gibt es nämlich auch ein schönes Level, wo man schön farmen kann. Und zwar ist das... Ich will doch gar nicht hier hin. Ähm, da sind ganz viele so Krabben unter der Erde. Und die geben immer 10er her. Und da kann man halt schön farmen. Das Level ist halt kurz. Und von daher... Ja. So. Dann machen wir uns hier mal ans Sirup Castle weiter. Oder wie das Ding auch immer ausgesprochen wird. Was ist das? Ah, okay. Boah, das ist aber schon... Münze? Danke. Münze? Nee, den will ich nicht. Das will ich auch nicht haben. Oh, das ist cool. Ganz viel kaputt machen. Der fällt zu 100 pro hier runter. Nee, doch nicht. Auto. Alles kaputt machen. Because of the Münze. Münze? Münze? Okay, den hebe ich mir jetzt auf. Das war gerade so knapp, ne? Oh, knapp. Das war auch gut. Also knapp war es eher. Ich hoffe mal nicht, dass das Level hier irgendwie auf Zeit irgendwie so ausgelegt ist. Von wegen, du hast eigentlich gar nicht so viel Zeit, um hier alles kaputt zu machen. Das wäre nämlich sehr arschig. Ich denke, das spielst du auch schon. Ah, die Julia. Die wird hier gleich schön. Oh, wow. Ach, ja, eigentlich schon, weil es geht schneller damit. Äh, das ist ja unten sieht böse aus. Toll. Toll. Das war doch mal gut. So. So. Da haben wir einen Ausgang. Toll. Ich nehme mal den linken zuerst. Ah, der Zwischenspeicher. Sehr schön. Haben wir doch das Richtige genommen. Oh, Mann. Hier können wir ein bisschen Münzchen farmen. Habe ich ihn jetzt kaputt gemacht? Das wollte ich eigentlich nicht. Was ist da oben? Nichts. Oh. 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 Nein. Ich habe doch gedrückt. Ah. Oh, Mann. Aber wir haben einen Zwischenspeicher gehabt. Und ich glaube, wir behalten das, ähm, das Item bei. Nee, doch nicht. Habe ich wieder scheiße geredet, natürlich. Ist das vielleicht noch da? Ja, es ist wieder da. Oh. Oh. Wunderbar. So. Und diesmal nicht dagegen springen. Und diesmal auch... Ups. Nicht kaputt machen. Ich habe jetzt 30 Münzchen bekommen. Plus eins. War noch 30, oder? So. Was war hier? Ach, genau. Ich glaube, jetzt hätte man eigentlich Leben bekommen. Nee, ich bleib bei meinem Flugding. Das sind auch so ganz komische... Räume hier. Okay. Hm. Ah, ja. Ist er jetzt kaputt? Nee, ist er nicht. Komm mal her. So. Hol ich mir einfach hier das Ding wieder. Ganz einfach. Wow. Okay. Level geschafft. Was passiert? Es explodiert. Beziehungsweise es bricht zusammen oder so und dann kommt das Innerste zum Vorschein. Hm. 2580. Okay. Ah, jetzt sind wir auch schon im Hintergrund. Wir sind ein bisschen zusammengefallen. Ah, die Musik ist cool, die hier ist. Das ist eine meiner Lieblingsmusiken. Aber meine ultimative Lieblings... Lieblingsmusik in diesem Spiel ist immer noch die Zugmusik. Ah, die ist so schön fröhlich und so. Ah, die ist auch so cool. Die hört sich so nach Technik-Level irgendwie an. Hm. Hm. Ich glaube, ich muss mir doch das Item holen. Auch wenn ich gerne meinen Flugdings überhalten hätte, aber ich komme sonst nicht hier in die Mitte an das Zeug dran. Und es war nichts drin. Ich dachte, da wäre irgendwie was hinter oder so. Ein Eingang. Mal hier. Nehmen wir doch mit. Na, nehm' mal doch mit. vögel hier sind auch ein bisschen nervig kommt bestimmt noch einer natürlich schön dass du in die andere richtung gehst zwischenspeicher schießt recht langsam schließt er gar nicht mehr ohne schlecht und und Das war's für heute.